Ja, liebe Zuschauer, das ist unsere Paketstation des Gauens. Hier kommt ein Paket rein, das kann man dann abholen. Aber vorher muss man hier mit diesem Computer sprechen, also eigentlich mit mir. Und ich kann euch sagen, das wird für die, die ein Paket abholen, ein langer, steiniger Weg. So einfach machen wir es denen nicht. Los! Und hier, hier ist mein Arbeitsplatz für heute. Laptop, Kopfhörer und die Sprechtaste für die Computerstimme. Herzlich willkommen bei Ihrer Paketstation. In Deutschland gibt es über 3500 Paketstationen und es werden immer mehr. Aber die von Verstehen Sie Spaß ist einzigartig. So, ich möchte ein Paket abholen. Guten Tag und herzlich willkommen. Ein Paket. Was kann ich für Sie tun? Ein Paket. Die Nummer ist 876-Hashtag-ZYX. Bitte nennen Sie mir ein Passwort. Ich habe kein Passwort. Bitte nennen Sie mir ein Passwort. Hab keins. Hab keins ist zu unsicher. Bitte nennen Sie mir ein neues Passwort. Ja, stopp mal. Stopp. Stopp. Auch der nächste Kunde sucht nach dem Passwort. Na, wo ist es denn? Stopp, neuer Kunde. Stopp, neuer Kunde ist kein gutes Passwort. Die beiden lachen, andere sind genervt. Was ist denn das angeben? Na, das habe ich ja schon angegeben. Ich vergebe Ihnen nun ein Passwort. Legislaturperiode.rhythmus. Bitte buchstabieren Sie. L-E-G-I-S-T-R-A-T-U-R-P-E-R-I-O-D-E-R-I-T-M-U-S. Auch wenn Sie keine Schule besucht haben, ist Ihnen Postfach 13 zugewiesen. Bitte treten Sie vor das Postfach. Dankeschön. Sind Sie bereit, das Paket zu empfangen? Ja, richtig. Ja, ja. Bitte treten Sie vor das Fach. Ja, okay. Das Paket kann sich irgendwie nicht entscheiden. Gehe ich zum Empfänger oder lieber zu Olli, der an der anderen Seite zieht. Entnehmen Sie nun das Paket. Ja, das Paket in Fach 3 hinterlegt. Ihr Paket ist für die beiden. Das Paket in Fach 3 hinterlegt. Ihr Paket ist für sie in Fach 3 hinterlegt. Witzig. Gibt es ja auch eine Treppe. Sollen wir denn da drankommen? Benötigen Sie Hilfe? Ja, bitte. Dann sagen Sie elf. 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 Eine wunderschöne Zahl, nur leider völlig wirkungslos. Es hilft nix. Eine muss hoch. Na, und? Geht doch. Wir haben's. Tschüss. Tschüss, danke. Tschüss. Er begreift in wenigen Momenten den tieferen Sinn hinter dem Begriff Postwurfsendung. Drei, zwei, eins. Das ist auch schon ein bisschen link. Sie hat lange warten müssen, aber es lohnt sich. Benötigen Sie Hilfe? Dann sagen Sie elf. Was da wohl drin ist? Eine Schranke vielleicht? Oder eine ausgerollte Boa Constrictor? Wetten, dieser Kunde wird gleich ein langes Gesicht machen? Das würde jedenfalls zum Paket passen. Bitte beeilen Sie sich. Das Postfach schließt in fünf Sekunden. Bitte räumen Sie die Packstation, sonst fällt eine Zusatzgebühr an von zehn Euro. Unsere Paketstation, ein gigantischer Adventskalender hinter jedem Türchen, eine neue Überraschung. Bitte treten Sie vor Fach zwölf. Ja, was machen Sie denn da? Das kann doch nicht wahr sein hier. Alles kaputt gemacht. Was ist denn los? Jetzt können wir das wieder weg machen hier. Hallöchen. Willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Das war's für heute. Ciao. Jawohl, jetzt sehen Sie immer noch mal. Tag, hier ist es für heute, von 2,1 Uhr. Da ist erster Anfassi. Ich habe das Augen gemacht. Das war's für heute, wenn ich in 3 Jahren noch nicht verstehe. Wir haben die Woche überreicht. Das war's für heute, wenn ich ein paar Tage voran. Ich danke dir. Ich danke dir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017